La Siesta ist spezialisiert auf Hängematten. Die Geschichte reicht sehr lange zurück. 1492 hat Kolumbus Amerika entdeckt und nicht nur das. Er hat auch festgestellt, dass es Menschen gibt, die zwischen zwei Bäumen in Netzen schlafen. Er hat die Hängematte mit nach Europa gebracht und etwa 500 Jahre später, 1991, sind Alexander und Dorothee Grisard in seine Fußstapfen getreten. Sie haben die La Siesta GmbH gegründet. Das Unternehmen ist entstanden in einer Garage in Mainz-Finden und hat seinen Sitz in Jugendheim bei Mainz. Es wird in der zweiten Generation geführt. Die Geschäftsführer sind jetzt die drei Brüder, Maximilian, Leonid und Cornelius Grisard. Das Unternehmen beschäftigt knapp 30 Mitarbeiter und Hängematten werden weltweit in etwa 50 Länder vertrieben. Wir haben hier Hängematten in verschiedenen Größen. Wir haben einmal Single-Hängematten, dann haben wir hier Doppel-Hängematten und hier von mir aus Familien-Hängematten. Und dann hat La Siesta noch verschiedene Materialien. Wir haben einmal normale Baumwolle, dann haben wir Magtex. Das ist ein Material, das man im Outdoor-Bereich gut einsetzen kann, weil es wetterfest ist. Und dann haben wir Bio-Baumwolle, die auch GOTS-zertifiziert ist. Und generell hat La Siesta eine sehr große Bandbreite an Produkten. Wir haben Hängematten aus Südamerika, aus Mexiko, aus Brasilien, aus Kolumbien. Also wir haben ein eigenes patentiertes Aufhängesystem. Das ist hier dieses Universal-Rope. Das gibt es für Hängematten und Hängestühle. Und das Besondere daran ist, dass man halt hier diesen Haken hat, den man entweder an der Wand oder an der Decke befestigen kann. Der hat drei Löcher. Dadurch ist er sehr sicher, weil sich das Gewicht auf mehrere Löcher verteilt. Und er ist sehr leicht anzuwenden. Das Seil wird hier oben eingehängt. Dann hat man das Seil und hat hier diesen Haken, den Smart Hook, mit dem man die Hängematte dann einhängen kann und auch die Länge ganz leicht verstellen kann. Eine ganz besonders schöne Hängematte ist unsere Flora. Unser Designer Jean Christophe hat bei der Flora das Lianenmuster des Urwalds aufgegriffen. Das sieht man hier. Und Flora besteht aus Biobaumwolle, aus GOTS-zertifizierter Biobaumwolle. Mit dem GOTS-Standard wissen unsere Verbraucher, dass sie ein nachhaltig erzeugtes Produkt bekommen. Die Biobaumwolle ist nachhaltig angebaut. Es sind ökologische Kriterien genauso wie sozialverträgliche Kriterien berücksichtigt. Man kann sich wirklich guten Gewissens in das Produkt reinlegen. Unsere Webkanten sind generell verstärkt. Das durchdoppelte Schussfäden. Das heißt, sie sind extrem reißfest. Die Langlebigkeit ist gewährleistet. Und eine Besonderheit dieser Hängematte sind auch die Kadechos. Diese Söpfchen sind von Hand geflochten und sind ein typisches Beispiel kolumbianische Hängematten. Wir haben inzwischen seit Januar 2014 aber auch eine Niederlassung in den USA, in Miami, Florida. Und unsere Vision ist es, dass jeder zu Hause bald eine La Siesta Hängematte hat, weltweit.